Hey Leute, ich sehe mega erledigt aus gerade im Moment, das werdet ihr gleich sehen warum. Ich bin indoor skydiving hier mit den zwei beautiful people over here. Ja, und wir haben gerade hier in diesem Windkanal richtig fun gehabt. Ich zeige euch jetzt die Aufnahmen, habt Spaß dabei. Wir hatten es auf jeden Fall. Das heißt, da kommt solche Nackenbrennung, Hände, Handfrecken, Augenhöhe, hinten ein bisschen zusammenzwingen, Becken ein Runden und die Füße so zu 70-75% ausgestreckt. Leute, wenn das mal nicht ultraschnittig aussieht hier, wo kann man das Outfit kaufen? Uh, uh, Instagram-Posing, Instagram-Posing, Instagram-Posing. Ich bin ein Süßes, die wir jetzt schon sehen. Ich bin ein Süßes, die wir jetzt mal in die Viergeblattasen und die Füße so zu 70-75% ausgestattet. Ich bin ein Süßes, die wir jetzt nicht zusammenzulegen. Ich bin ein Süßes und in die Messe zu überprüfen. Ich bin ein Süßes und das Wiener. Ich bin ein Süßes und das Wiener. Ich bin ein Süßes und das Wiener. But you gotta keep on going You gotta live that dream I know I ain't supposed to feel it But oh how it feels Instead of letting it go I let it stay I let it stay I let it stay I let it stay They say there's one fall For everyone But when the day is done I'm still the black swan But I need you like the bird Need the shadow If you can't fight You better fly away from it 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 I have a diploma in indoor skydiving I can't see that You better fly away from it It's fun Das war nice! Ihre Augen sagen alles. Ich glaube! Also, sind die schon mal richtig Leute auch mit Bosch? Nein. Nein? War nice. War super geil. Das war's dann auch schon wieder mit dem Video. Wow, Dias sagt Tschüss! 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 Das Video ist jetzt vorbei. Drum schaut bei den anderen rein. Abonniert mich auf Twitter und Instagram. Dort gibt's bestimmt keinen Spam! Nur coole Fotos.